Meghan Markle ist enttäuscht, als der CEO der WME-Agentur sich weigert, die Gebühr von 75.000 US-Dollar zu zahlen, die für die Verleihung eines Sterns auf dem Hollywood Work of Fame erforderlich ist. Diese Ablehnung hat Meghan und die WME-Agentur in eine herausfordernde Situation gebracht. Das Auswahlkomitee des Hollywood Work of Fame, bestehend aus früheren Preisträgern, wählt sorgfältig neue Preisträger aus einem Pool von hunderten von Nominierungen aus. Der 1960 gegründete Work of Fame erstreckt sich über 15 Blocks des Hollywood Boulevards und drei Blocks der Wine Street in Los Angeles und zieht Touristen aus der ganzen Welt an. Es hat ein erhebliches Prestige und ist einzigartig, da es mit Fans geteilt werden kann. Anna Martinez, Produzentin der Work of Fame-Zeremonien, beschrieb es als eine interaktive Auszeichnung, die es den Fans ermöglicht, neben den Stars zu sitzen und mit ihnen zu posieren. Die Preisträger werden in sechs Kategorien ausgezeichnet, Kinofilme, Fernsehen, Live-Theater, Live-Auftritte, Radio, Aufnahme und Sportunterhaltung. In einer kürzlichen Zeremonie erhielt der Schauspieler Macaulay Culkin, bekannt für seine Rollen an Kevin, Allein zu Hause, Richie Rich, My Girl und mehr, einen Work of Fame-Stern. Er bedankte sich beim Work of Fame-Komitee und betonte die Liebe und Wertschätzung, die er durch die Anerkennung empfand. Die Nominierung von Meghan Markle stieß jedoch auf Ablehnung, wobei Insider zwei Hauptgründe anführten. Erstens müssen Nominierte aus der Unterhaltungsbranche über mindestens fünf Jahre Erfahrung in ihren jeweiligen Kategorien und eine Vorgeschichte Wohltätiger Spenden verfügen. Meghan erfüllte die Erfahrungskriterien nicht und es wurden Fragen zur Authentizität ihrer Wohltätigkeitsarbeit aufgeworfen. Zweitens weigerte sich Meghan berichtend zufolge, das geforderte Honorar für ihren Star zu zahlen, obwohl es üblich ist, dass die Nominierin der Organisation, sei es ein Filmclub, ein Filmstudio, eine Plattenfirma oder ein Rundfunksender, diese Kosten übernimmt. Die Gebühr beträgt ab 2023 75.000 US-Dollar und deckt die Erstellung, Installation und Wartung des Sterns ab. Hollywoods Interesse an Meghan Markle hat im Laufe der Zeit nachgelassen und nur wenige E-Stars sind bereit, mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Bemerkenswerte Persönlichkeiten wie die Obamas, George Clooney, der enge Freund von Prinz Harry und Kevin Costner haben sich distanziert. Meghan hatte Mühe, einen Arbeitsplatz in der Branche zu finden und es scheint, dass Hollywood ihr den Rücken gekehrt hat. Viele Prominente genießen es, die königliche Familie zu treffen und sind nicht bereit, künftige Einladungen zu Veranstaltungen mit Beteiligung der Royals aufs Spiel zu setzen. Unterdessen scheint Meghan Markle es neues BR und Management-Unternehmen entsetzt über das Desaster zu sein, das das neue Buch in dem angerichtet hat. Der frühere königliche Korrespondent der BBC, Michael Kohl, sagt, Prinz Harry sollte eine Erklärung abgeben, in der er deutlich macht, dass er seinen Verwandten keinen Rassismus vorwirft. Jetzt ist es für den Prinzen an der Zeit, dieses äußerst schädliche Chaos aufzuklären. Fügt hinzu, Harry sollte auch erklären, wie es dazu kam, dass Scobie sich auf die Korrespondenz zwischen Meghan und dem damaligen Prinzen von Wales, dem heutigen König, stürzte, in der sie sich über die Haltung anderer Familienmitglieder ihr gegenüber beschwerte, um den schädlichen Vorwurf des Rassismus zu untermauern. Unterdessen ist WME entsetzt und verärgert über einen nie endenden Skandal. Eine Quelle sagte dem Express, es liegen potenzielle Deals für Meghan auf dem Tisch, die genauso schnell verschwinden könnten, wenn das so weitergeht. Abgesehen vom Rassenstreit ist selbst die amerikanische Öffentlichkeit der bösartigen und geradezu grausamen Angriffe auf Prinzessin Kay zunehmend überdrissig. Unabhängig davon, ob Meghan und Harry dafür verantwortlich waren oder nicht, werden die Leute aufgrund ihrer früheren Verbindungen zu Mr. Scobie einfach annehmen, dass dies der Fall war. Vielen Dank!